Die Sensation verpasst, das Abenteuer Europa League beendet. Der FC Augsburg ist nach einem knappen 0 zu 1 beim FC Liverpool aus dem Europapokal ausgeschieden. Nach dem Spiel überwog dennoch das Positive. Jeder Spieler und wie gesagt der ganze Verein kann stolz auf die Leistung heute und auf diese Euroleague-Saison sein. Als klarer Favorit ins Spiel gegangen, reichte Jürgen Klopps Team an der Enfield Road ein Handelfmeter, um ins Achtelfinale einzuziehen. Der knappe Vorsprung aber sorgte für Spannung bis zum Schluss. War ein unglaublich schwer zu spielender Gegner. Ich finde, wir haben das dafür, wie schwer zu spielen, sind heute extrem gut gemacht. Nach der Pflichtaufgabe Augsburg hat Klopps nun seinen ersten Titel mit Liverpool im Visier. Im Finale des englischen Liga-Pokals geht es am Sonntag gegen Manchester City. Wenn wir uns anstrengen, ein bisschen Mühe geben, wird es ein richtig geiles Finale. Beim FC Augsburg gilt nach dem Europa aus nun die volle Konzentration der Bundesliga. Am Sonntag gegen Gladbach ist das Team von Weinzierl erneut Außenseiter. Auf Wiedersehen! Am bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Vielen Dank.